so hello hello willkommen zur normalen folge am minecraft masterpilot mit den toops heute spielen wir gemeinsam ok tos machen wir jetzt so ein gemälde ich habe ich habe ich habe eine idee wir machen jetzt so kannst du eine person machen oder kannst du sonst ständer machen für so ein gemälde aber sie machen untergrund im welt eine staffelei ja oder ich kann das heißt bei dem macht schauen das aus so war das nicht dass ich das erst macht du mal den boden oder so auch hier ins sessel also das stuhl natürlich war das ab und setzt es wieder hin tubs dann hört es auf wirklich ich will gewinnen jetzt tubs auf mach ich so und mach du hier ist ein sessel hin hier das sitzen kann ein stuhl ein stuhl jan hocker bist du musst du wissen das sind die sache die gemütlicher sind als so stühle er machen so was ja ja gesagt dass es nein das jetzt so ein gemälde so was habe ich noch nie minecraft baut so wollte er langsam mal zeit jörn all right sei muss ein bisschen dicker sein sonst bleibt das hier nicht stehen jetzt hier und hier hoch all right was schnell zubs nur fünf minuten zeit ich weiß ja nicht muss aber das mit äußerster gravur machen jörn okay ich mach dabei das gemälde danke ja mach ruhig so also ich mach jetzt erstmal weiße wolle und dafür müssen so wie kennst du kennst du bob ross ja kennst du oder ähm der hat ja auch immer sicher so ein detail kaputt wurde ganze farben oben sind was über eine farbpalette genau 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 so was müssen machen okay all right aber der stelle sieht schon cool aus hier ich hab der hocke müssen bissel weiter nach oben oder ja es müssen unsymmetrisch glaube ich gerade ist egal ich mache schnell die person terracotta macht so ein bob ross verstehe ich meine mit so einem blauen ähm dings hier war das ding ist ich kann es euch hier gescheit platzieren so was das jetzt so sitzt okay das macht es ja für richtig hält all right ist aber ich bin einfach da und aber irgendwie ist geistiger bei hilfe ja kannst du ihn hinter im hintergrund oder so kannst du farbpaletten irgendwie so einfach nur so random farb dings am boden was man das hier was ich meinte so dass hier die falsche farbspritze mal kurz meinem wissen eine weiterung gegen so ich hoffe das funktioniert sieht gut aus so ich mache nämlich so ein wer ist das und dings die man so an hat die meisten mal hier so an haben sollen das schürze also nicht jason hat schürze doch 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 jetzt so aus wie jetzt sieht das aus kommen ich mal um also doch das ist schon hier aber ich hier orange t shirts hast du den stuhling die besser machen ich weiß nicht wie ich den besser machen soll ich hätte mir nur solche kleinen drei steinigen höcker den ganzen stühle und was weiß ich alles man kann es irgendwie eine pinsel in die hand geben da musst du mir den den ganzen da musste ich im pinsel aber es sieht nicht schlecht aus ob sie schlecht aus hier für die verhältnisse ich würde sagen dass wir hier gleich den kopf nachher auch machen ok vielleicht doch noch ne doch das passt schon hier ach doch tubs das ist nicht schlecht wie macht man denn dann pinsel gut 1 nehmen jetzt solche balls das ganze machen mit so dings wo es hatte warte ich hab ne ideen mach mal mit half slabs von der dingensens ich mach mal hier diese farbpalette sekunde ich muss kurz ähm köpfe farben ich mach dabei sein gesicht also das mindeste müssen wir haben was wir an kacke wie kann ich denn wie kann man denn gut einen pinsel darstellen ist richtig kacke ähm stairs äh right sieht's gut aus slap das sieht gut aus red ähm ich meinte hier johann kommt mal hier so das ist sowas hey warte slap 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 warte ich mach das schon ich mach das schon ich mach das schon mach du den pinsel weiter ja mach du den pinsel weiter das muss aber weiß sein weißt du mal ne ne das muss ich weiß es gibt doch holz solche dings äh red ne pass schon pass schon pass schon ich hab schon ich mach was so ich weiß ja nicht wie ich den pinsel machen soll ist das doofe green karpets jetzt gesagt dass wir ja das ist das das gibt's auch für farben orange yellow wie mach ich denn den pinsel warte mach das irgendwie einfach warte warte mach ganz schnell Sekunde das so machen noch irgendwie so schaum ist gesagt dass wir jetzt schrägter so groß wie zu groß wie zu groß wie zu groß wie zu groß hören so so und dann was machst du mit dings die farbe ist dass die farbe ist dass die farbe ist es war schon hier doch macht kbert doch zu passen doch das war schon das war schon es ist richtig cool aus dass ich weiß ob der stuhl hier an er sich gut das ist super kacke es kriegt ein kacke ist kacke ich gut nein ich habe jetzt gut ich habe zu kriegen egal pixel doch pixel hat doch pixel hat wir mal 4 ok 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 also was probiert wie wir aber wir haben das wir haben das kult ist das nur cool es gibt kacke das hat echt gerne als gemälde ja das kriegt ups jetzt als super super kacke da bei dem thema ist das schwierig super kacke es gibt auch immer das 5 4 gestern warum müssen wir sind eingesperrt report report pixel art wieder alter pixel pixel art ja ich kann nicht schreiben das geht ok ok das ist eine waffe was er da in der hand hält was ist das hier der malte auch aber der kann er sich fertig kriegt das kriegt ok ich glaube irgendein künstler darstellt sich das kriegt das kriegt sogar gut von mir ist das lol ja unsere sieht viel besser aus ne 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 das ja das sieht schon ok 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 der noch so eine farbe palette wie wir weiter als unseres ich glaube unseres ist wirklich am besten tubs doch unseres ist glaube ich am besten cool ja so wie wir dings in es gibt auch pup im dings in die farbe das kohle im personenbaum bin ich so gut super pup ja es geht bei mir ist es so es gibt drei drei meister drei meister haben wir ja das ist gut das ist gut genau solche farbe krex wollte ich das so am boden baust eigentlich ist das ja gut ja egal was ist ein vierter als ob das gewonnen hat ja das ich weiß nicht es ist irgendwie das sinken künstler ja keine ahnung ja das like und auch dafür mehr meinschaft master bild ist mit dem topes hier und ja das bleibt aber und ciao bis zum nächsten Mal